Wie sieht die Zukunft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung aus? Mittlerweile wurde dazu eine Studie veröffentlicht. Eine erste Reaktion erhielten wir von der Bundestagsabgeordneten Corinna Rüfer von den Grünen. Ich kenne ja den Vortrag von Herrn Engels nicht, weil ich bei dem Werkstattrettetag nicht dabei war. Wohl aber habe ich mir natürlich mit Interesse noch nicht sehr im Detail, weil das Gutachten ja noch nicht so lange vorliegt, aber durchaus mit hohem Interesse dieses Gutachten schon mal angeschaut. Und das ist natürlich hochinteressant. Das ist ja hervorgegangen aus der Fragestellung, wie kommen wir weg von diesen Hungernöhen in Werkstätten 1,35 Euro im Durchschnitt für eine Vollzeiterwerbstätigkeit vor dem Hintergrund, dass ganz viele Werkstattbeschäftigte trotzdem auf Grundsicherung oder oder und Erwerbsminderungsrente angewiesen sind und das als unwürdigen Zustand für sich beschreiben. Und ich finde, das ist objektiv auch nachvollziehbar. Es geht also unter anderem um die Fragestellung, warum ist es so, dass Werkstattbeschäftigte bis heute nicht wie alle anderen Beschäftigten auch ein Anrecht haben auf den Mindestlohn. Es sind aber auch andere Vorschläge im Raum, zum Beispiel von den Werkstattretten Deutschlands. Aber auch die Union hat einen Vorschlag eingespeist. Das ist das eine Thema, das sicherlich ganz wichtig ist und wo wir am Ende vom Ergebnis her rauskommen müssen bei einer Situation, wo es sich im Portemonnaie der Werkstattbeschäftigten deutlich positiv auswirkt. Ich hoffe, dass da Konsens besteht, wie wir das genau machen. Dafür liegen Vorschläge vor, die müssen wir natürlich erörtern. Aber das Ganze ist natürlich im Kontext zu bewerten. Also es geht nicht nur um den Werkstattlohn, sondern es geht um eine Werkstattstrukturreform. Die UN-Behindertenrechtskonvention hat uns ja die Aufgabe mit auf den Weg gegeben, dass jeder Mensch mit Behinderung ein Recht hat, auf Teilhabe an einem inklusiven Arbeitsmarkt. Die Werkstatt ist nicht Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes, kann es aber möglicherweise durch entsprechende Reformen werden. Indem sie einen viel höheren Stellenwert auf die Frage der beruflichen Rehabilitation legt. Also wir wissen, weniger als eine, weit weniger als eine Person von 100, die in einer Werkstatt beschäftigt ist, schafft den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist nicht nachvollziehbar und es ist auch nicht tolerabel, ehrlich gesagt. Das heißt also, die Bedingungen müssen sich verändern. Werkstätten brauchen einen Anreiz. Wir müssen wegkommen sozusagen von ökonomischen Erwägungen, die häufig im Werkstattsystem eine Rolle spielen, hin zu einer individuellen personenzentrierten Unterstützung, um eben diesen Übertritt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und damit auf eine Gewährleistung eines individuellen Rechtsanspruches und eines Menschenrechts dann auch zu erfüllen. Und dieses Gutachten, der Abschlussbericht, der bringt ja interessante Erkenntnisse. Einerseits, das will ich mal voranstellen, wir haben ja eine sehr hohe Zahl von Menschen, die tatsächlich einen sehr, sehr hohen Unterstützungsbedarf haben, also schwerstmehrfachbeeinträchtigungen beispielsweise. Und dieses Gutachten, der Endbericht kommt dann zu dem Ergebnis, dass wir sehr wenig über diese Personengruppe wissen. Wo sind die, was, wie wird mit denen gearbeitet, wie werden die unterstützt, was bedeutet Teilhabe eigentlich für die Personengruppe? Und ich finde, das möchte ich mal ganz nach vorne stellen, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir dürfen nicht immer nur über die Leistungsstarken in den Werkstätten halten, sondern auch eben über diejenigen, die wir in den allermeisten Bundesländern immer noch in Tagesförderstätten sehen. In Nordrhein-Westfalen ist es ein bisschen anders mit dem Verlängertendach in den Werkstätten, aber auch da ist über die Qualität noch nicht viel bekannt. Also diese Leute müssen wir wirklich in den Blick nehmen. Dann ist es so, dass dieser Endbericht zu dem Ergebnis kommt, dass Menschen, die langjährig in Werkstätten beschäftigt sind, eher eine Neigung dazu haben, zu sagen, wir wollen ja jetzt auch bleiben. Wenngleich auch unter den Leuten viele sind, die sagen, wir können uns einen Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sehr gut vorstellen und wünschen uns das. Also auch die muss man mit besseren Rahmenbedingungen auf ihrem Weg begleiten. Aber sehr augenfällig ist, dass diejenigen, die von Förderschulen kommen oder die aus anderen Gründen vor dem Übergang in die Werkstatt stehen, dass die sehr, sehr häufig sagen, das ist nicht unser Wunsch. Wir wollen eigentlich nicht in der Werkstatt arbeiten. Und deswegen müssen wir ganz genau überlegen, wie wir mit dem Berufsbildungsbereich zukünftig umgehen. Also mit diesen ersten beiden Jahren, beziehungsweise zwei Jahren und drei Monaten, die in der Regel von der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden. Und wenn man da erst mal drin steckt, im Rahmen einer Werkstatt dann in der Regel in den Arbeitsbereich der Werkstätten führen. Also eine naheliegende Konsequenz aus diesem Ergebnis, die allermeisten möchten lieber auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, ist, dass man den Berufsbildungsbereich aus der Werkstatt löst, dann aber nicht irgendwie billige Ausschreibungen macht bei der Bundesagentur für Arbeit mit einem schlechten Ergebnis, sondern dass man da sagt, wir müssen mit hoher Qualität die innerbetriebliche Qualifizierung stärken. Dazu gibt es hervorragende Modellprojekte, die funktionieren über das persönliche Budget, beispielsweise über die unterstützte Beschäftigung, wo tatsächlich mit jungen Menschen intensiv daran gearbeitet, dass eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dauerhaft auch funktioniert. Also abschließend, vielleicht das ist ja jetzt nur zusammengerafft, und abschließend ist es so, dass dieses Gutachten beziehungsweise der Abschlussbericht uns wirklich gute Möglichkeiten bietet, zu einer Werkstattreform zu gelangen, die einen echten Beitrag dazu leisten kann, dass wir einem inklusiven Arbeitsmarkt endlich näher kommen. Wir müssen diese Möglichkeiten jetzt aber auch konsequent nutzen und nicht nur so kleine Trippel-Schritte machen. Der Abgeordnetag ist mit Ali zog am Ende der Werkstatt-Rätekonferenz, auf der die Studie vorgestellt wurde, ein Resümee. In diesem betonte er, das Interesse an diesem Thema ist nicht irgendein Interesse, das beschäftigt einfach alle Werkstattbeschäftigten überhaupt. Und deshalb können wir als SPD-Bundestagsfraktion nicht mehr über dieses Thema hinweg schauen, sondern wir müssen jetzt das anpacken. Und wir haben heute den Start dafür gemacht, dass das für uns nicht irgendeine Konferenz jetzt war, sondern das ist für uns der Startschuss letztendlich für die Entgeltfrage. Wir wollen die Werkstätten reformieren, wir wollen, dass sie Menschen mehr verdienen. Arbeit muss den Unterschied machen, wie das der Minister auch heute gesagt hat. Und das ist auch das, was zählt letztendlich. Und ich bin aber überzeugt, dass wir das schaffen können. Am interessantesten war die Rede des Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, weil das Bundesministerium für Arbeit jetzt die Ergebnisse der Studie umsetzen muss. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen des Bundestages, ich will auch Jürgen Dusel ganz herzlich grüßen, der bei uns in der ersten Reihe ist. Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der BAG, die wir eben auch gehört haben. Und auch liebe Forschende der ISG, ganz, ganz herzlichen Dank für eine wirklich heftige und gute Diskussion heute. Und wir machen das, ich habe es noch mit einem Ohr gehört, nicht um Dinge abzuheften, sondern um Dinge zu ändern. Das ist die erste Ansage, die ich heute loswerden will. Die Werkstatt-Rätekonferenz, die Werkstatt-Rätekonferenz hat mittlerweile eine wirklich gute Tradition, wenn auch eine junge. Es ist das 16. Treffen und es ist tatsächlich der richtige Zeitpunkt für diese fachpolitische Tagung heute hier. Und deshalb gilt mein erster Dank erstmal allen, die das hier heute organisiert haben. Über Taki, dem ganzen Team, auch der Fraktionen. Das hier ist der Ort, wo die zusammensitzen, die Dinge zum Besseren ändern wollen. Dafür ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich kann für mein Ministerium sagen, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Wir haben versucht, heute mit Kerstin Griese, mit Annette Habara, mit Rolf Schmachtenberg und jetzt auch mit mir, deutlich nicht nur Präsenz zu organisieren, sondern klarzumachen, dass wir es ernst meinen. Und ich will gleich dazu kommen. Aber das Wichtigste ist erstmal zu wissen, nach welchen Prinzipien machen wir das eigentlich. Es gibt eine wichtige Regel, die Menschen mit Behinderung einfordern, und zwar zu Recht, wenn sie um ihre eigenen Rechte kämpfen, nämlich nicht über uns, ohne uns. Und das ist auch der Gedanke, der fundamental ist, wenn es um die Zukunft der Werkstätten geht. Denn dazu gehört auch, dass die Werkstattbeschäftigten über diese Zukunft mitbestimmen sollen. Und das muss unser Anspruch sein, wenn wir es wirklich ernst meinen. Sie als Werkstatträte kämpfen für ihre Interessen. Sie zeigen Probleme auf. Sie sorgen dafür, dass Arbeit besser wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Ideen und Vorschläge von Menschen mit Behinderung öffentlich werden. Das ist auch gut so. Dass diese Ideen und Konzepte in der Gesellschaft gehört werden und diskutiert werden, das ist ihr Verdienst. Und auch dafür möchte ich mich bedanken. Das gilt auch gegenüber dem Staat und den politisch Verantwortlichen. Mein Dank gilt natürlich auch der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten. Denn es ist wichtig, dass wir bei den anstehenden Reformen, wir haben es eben gehört, ihre Perspektiven auch einbeziehen. Meine Damen und Herren, Menschen mit Behinderung können unglaublich viel. Und sie werden gebraucht. Auch als Fach- und Arbeitskräfte. Und das ist in dieser Zeit umso wichtiger, in der wir erleben, dass überall auf der einen Seite über Arbeits- und Fachkräftemangel schon geklagt wird. Was übrigens damit zu tun hat, dass der deutsche Arbeitsmarkt heute besser ist als vor 20 Jahren. Und auf der anderen Seite die eigentlichen Aufgaben der Arbeits- und Fachkräftesicherung noch vor uns liegen. Denn ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 Geborenen, die Babyboomer, Stück für Stück in Rente gehen. Und danach sind wir weniger. Und deshalb ist es wichtig, das auch deutlich zu machen. Ich habe das neulich selbst erlebt bei einem Unternehmensbesuch hier in Berlin, bei Siemens. Siemens hat ein Mittelspannwerk hier. Und ich habe die im April besucht. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Spandau 30 Beschäftigte mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen. Das sind 7% der Beschäftigten und damit deutlich mehr als gesetzgeberisch vorgeschrieben. Das zeigt, dieses Unternehmen zeigt auch am ersten Arbeitsmarkt, es geht und die Menschen werden gebraucht. Zur Realität, und das müssen wir aussprechen, gehört aber auch, leider schaffen es immer noch nicht genug Menschen mit Behinderung eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, wenn sie das selbst wollen und das trotz ihrer tollen Leistung. Das gehört auch zur Wahrheit in Deutschland. Wir haben heute in den Diskussionen auch feststellen können, Sie haben das hier festgestellt, dass auch die Werkstätten vor erheblichen Veränderungen und Herausforderungen stehen. Ich möchte dazu noch einmal auf die Studie kommen, die eben nicht abgeheftet wird, sondern jetzt Grundlage für Veränderungen sein wird. Ich habe sie gelesen, ich habe viel daraus gelernt und es ist das richtige, wie sagt man, neudeutsche Timing, dass wir heute miteinander darüber diskutieren. Deshalb auch noch einmal herzlichen Dank an die Forschenden, Herr Engel und ihr Team. Das ist eine wichtige Grundlage, um eine sachliche, eine vernünftige Debatte zu haben, denn eins ist das, was Forschung versucht, erst einmal die Fakten zu klären, damit wir uns nicht über Grundlagen streiten müssen und dann auf Basis dieser Fakten im Dialog tatsächlich zu Veränderungen zu kommen. Zunächst also zum Thema Bezahlung, weil das eben auch eine Rolle gespielt hat. Die Diskussion dazu war gut und es gibt viele gute Ideen, die auch in der Studie sind und ich glaube, dass wir eine Einigkeit auch heute hier schon feststellen können und müssen. Das System der Bezahlung in Werkstätten muss besser, gerechter und auch verständlicher werden und das werden wir auch hinkriegen miteinander. Aber wie wir das schaffen, das müssen wir jetzt miteinander klären. Die Studie hat eine Vielzahl spannender Vorschläge. Ich sage aber auch, wir müssen dafür gute gemeinsame Lösungen finden für die Menschen in den Werkstätten und auch für das, was es für die Werkstätten selbst bedeutet, wenn wir das System reformieren. Es ist, glaube ich, in der Diskussion aber auch sehr, sehr deutlich geworden, wir dürfen das Thema Bezahlung nicht isoliert betrachten. Wir müssen auch die anderen Aspekte mit dem Blick nehmen, die wir damit angehen werden. Und dazu gehört auch ein weiteres Thema, das heute intensiv diskutiert wurde, nämlich, wie schaffen wir es, dass die Werkstätten auch Wege haben auf den ersten Arbeitsmarkt. Es geht tatsächlich um das Wunsch- und Wahlrecht. Etwa ein Drittel der Werkstattbeschäftigten möchten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt es versuchen, aber die Wahrheit ist auch, noch zu wenige haben die Chance und die Gelegenheit, das auch zu können. Und deshalb geht es neben der Bezahlung auch um die Frage, wie wir diese Hindernisse wegräumen, die den Wechsel von der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt behindern. Grundsätzlich müssen wir auch darüber nachdenken, wer kommt eigentlich in die Werkstatt und ist die Werkstatt immer die beste Lösung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über Alternativen im Zugang diskutieren. Nicht nur in der Frage, wie Menschen, die das wollen und können, auch die Möglichkeiten haben, aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen, sondern auch die Frage, wer kommt rein und für wen ist es richtig. Ich denke zum Beispiel an die unterstützende Beschäftigung, das Budget für Arbeit und das Budget für Ausbildung, das hier auch diskutiert wurden, diese Möglichkeiten müssen wir von Anfang an aufzeigen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht also wirklich um Wunsch- und Wahlrecht und deshalb möchte ich ganz, ganz herzlich dafür werben, dass wir jetzt auf dieser Strecke, die eigentlich mit der heutigen Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion nach Veröffentlichung der Studie in die nächste Etappe geht, diesen Dialog miteinander auch führen. Es gibt unglaublich viele Dinge anzupacken, die wir bei den Werkstätten anpacken müssen. Ich will aber auch gleich sagen, damit es nicht zu Enttäuschung führt, das wird nicht über Nacht passieren. Jeder, der sich damit auskennt, weiß das. Und vor allen Dingen wird es nicht funktionieren, indem wir das von oben nach unten umstülpen, sondern wir müssen das gemeinsam hinbekommen und dafür sind die Werkstatträte ganz, ganz wichtige Ratgeber, denn sie kennen die Diskussion als Experten in eigener Sache am besten. Wir starten deshalb jetzt den Beteiligungsprozess, um möglichst viele Erfahrungen und viel Fachwissen einzubinden. Und aus meiner Sicht geht es tatsächlich um vier konkrete Handlungsfelder, in denen wir noch in dieser Legislaturperiode, also vor der nächsten Bundestagswahl, zur Veränderung kommen müssen. Erstens, nochmal der Zugang zu den Werkstätten. Zweitens, die Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Drittens, die Bezahlung. Und viertens, die Teilhabemöglichkeiten von schwerstbehinderten Menschen insgesamt. Das sind die vier großen Aufgaben, wo wir gute Lösungen miteinander hinbekommen wollen und auf die Schiene setzen wollen. Das ist aber jetzt nicht so ein Stuhlkreis nach dem Motto, wir diskutieren, bis die Hölle zufriert oder der Himmel schon erreicht ist. Und wir haben vor, diesen Dialog bis Ende des Jahres zu führen, mit Ihnen und auch mit anderen Beteiligten. Meine Bitte ist, sich über die heutige Veranstaltung hinaus da einzubringen, mit Ihren Anliegen, mit Ihren Kompetenzen und auch Ihren Ideen. Die besten Ideen, die wollen wir zusammentragen und daraus, wie gesagt, auch ein Gesetz machen. Ich sage nochmal, ich finde es wichtig, dass wir das wirklich gemeinsam hinkriegen, denn es ist eine große Aufgabe. Meine Damen und Herren, es geht aber nicht nur darum, die Werkstätten besser zu machen. Wichtig ist auch, wir müssen mehr Betriebe dazu bringen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Und deshalb war und ist es so wichtig, dass wir endlich nach langer, langer Debatte im Bundestag und im Bundesrat das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes durchsetzen konnten. Denn ganz klar ist, wir haben viele Unternehmen, die eigentlich schon seit vielen Jahren verpflichtet sind, Menschen mit Behinderung einzustellen und wir haben erlebt, dass es einige geschafft haben, genau null davon einzustellen. Und deshalb will ich nochmal deutlich sagen, ich habe für null Beschäftiger null Verständnis. Und deshalb war es wichtig, die vierte Staffel der Ausgleichsabgabe endlich durchzusetzen. Das war in dieser Koalition möglich, davor noch nicht. Und dafür allen herzlichen Dank, die das mit durchgefeiertet haben. Das Gesetz hat aber nicht nur die vierte Staffel mit sich gebracht, sondern es führt auch dazu, dass wir das Geld aus der Ausgleichsabgabe zukünftig besser verwenden können. Es soll im Wesentlichen dort benutzt werden, um die Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Wir machen auch das Budget für Arbeit damit attraktiver. Es gibt eben kein Limit mehr beim Zuschuss der Lohnkosten und das ist echter Fortschritt. Ich will es nochmal sagen, für die Betriebe, die am ersten Arbeitsmarkt jetzt über Arbeits- und Fachkräftemangel klagen, ist es wichtig, aufzuklären, dass sie alle möglichen Möglichkeiten haben, technisch und durch Förderung inklusive Arbeitsplätze einzurichten. Aber es ist eben auch Schluss mit den Ausreden an dieser Stelle. Wir haben über 175.000 Menschen mit Beeinträchtigungen, die im Schnitt besser qualifiziert sind, als andere arbeitslose Menschen. Und das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen selbstbestimmt leben und arbeiten können. Es ist schlicht und ergreifend auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, diese Menschen nicht außen vor zu lassen. Das muss in die Köpfe, das muss in die Betriebe. Das ist meine Überzeugung. Über diese Maßnahmen hinaus müssen wir allerdings auch weiterkommen beim Thema der Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderung können den tollsten Job haben, aber es nützt überhaupt nichts, wenn sie es nicht ins Büro schaffen, wenn es keinen Aufzug gibt, wenn Dokumente nicht lesbar sind, weil der Screenreader nicht funktioniert oder wenn die Mobilität einfach nicht da ist, weil die Lücke zum Bahnsteig zu groß ist. Wir haben eine aktuelle Umfrage, nach der jeder dritte Mensch mit Behinderung nicht alleine mit Bus oder Bahn fahren kann. Und das kann auch nicht so bleiben. Das Problem betrifft fast alle Bereiche übrigens des Lebens und das muss sich ändern. Wir haben da in der letzten Regierung erste Schritte machen können. Zum Beispiel müssen Unternehmen bald darauf achten, dass ihre Geräte barrierefrei genutzt werden können. Oder ein anderes Beispiel, man darf nun Personen auch mit Assistenz und eben nicht mehr aus Geschäften oder öffentlichen Orten ausschließen. Wir müssen aber noch mehr tun. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Und dazu haben wir uns als Regierungsfraktionen, als SPD, Grüne und FDP auch miteinander verpflichtet. Denn Ziel muss es sein, ein Leben ohne Hindernisse hinzubekommen. Und das muss für alle normal werden. Deshalb will ich erwähnen, dass wir arbeiten, auch am Aktionsplan Bundesinitiative Barrierefreiheit. Dazu haben wir die wichtigsten Partner aus Bund und Ländern zusammengebracht. Es geht eben nicht nur um das Bundesarbeitsministerium, sondern es geht auch um das Gesundheitsministerium, Zugang zur Arztpraxen. Es geht um die Mobilität und viele andere Bereiche. Und es geht darum, dass der Gesamtstaat, Olaf Scholz würde es einen Deutschlandpakt nennen, von Bund, Ländern und Kommunen an einem Strang zieht, um dann auch im Sinne der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen, Stichwort UN-Behindertenrechtskonvention, deutlich besser zu werden. Wir konzentrieren uns auf ganz konkrete Maßnahmen, die versuchen sollen, das Leben für Menschen einfacher zu machen und nicht nur Hindernisse im öffentlichen Raum verschwinden zu lassen, sondern auch im privaten Umgang. Ich habe es gesagt, es geht um barrierefreie Wohnungen, um Arztpraxen, um Mobilität, um Bus und Bahn. Und es geht auch um Mobilität im Internet, um barrierefreies Surfen, wenn man so will, um Teilhabe. Und wir haben, glaube ich, deutlich zu machen, auch gesellschaftspolitisch, dass Barrierefreiheit am Ende etwas für die gesamte Gesellschaft ist und nicht nur eine Gruppe der Gesellschaft. Wir können ein besseres Land werden, wenn wir Barrieren einreißen und wir werden sie einreißen müssen. Ich wollte heute hier zum Schluss nach dieser heißen Diskussion eins deutlich machen. Es ist einiges in Bewegung. Wir haben manches erreicht, aber vor allen Dingen haben wir noch viel vor. Ich will das in einen größeren Zusammenhang stellen. Weil wir im Moment ja eben in der Diskussion auch schon erlebt haben, dass es ganz, ganz leicht ist, in der Situation, in der unser Land ist, die Gesellschaft zu spalten. Es ist ganz einfach, in diesen Zeiten, in denen viele Menschen sich Sorgen machen, Gruppen der Gesellschaft aufeinandertreffen zu lassen. Und ich will es aussprechen hier. Wir haben hier in diesem Bundestag leider und in diesem Land auch rechtsradikale Menschen, die versuchen, Gruppen der Gesellschaft gegeneinander aufzuhetzen. Menschen, die aus dem Ausland kommen, mit den Einheimischen. Menschen, die wenig verdienen, mit Menschen, die gar nichts verdienen. Und das betrifft auch die Stimmung, die geschürt wird von Leuten wie Bernd Höcke oder Björn Höcke oder wie immer er heißt. die nicht nur keine inklusive Gesellschaft wollen, sondern die Menschen noch stärker ausgreifen wollen. Das sind Kräfte, die wir in diesem Land nicht haben wollen. Und unsere Antwort auf die, die Exklusionen befördern wollen, ist nicht, die Inklusion zu verteidigen, sondern mehr Inklusion zu wagen als Gesellschaft. Das ist unsere Antwort. Das muss es auch sein. Deshalb wollen wir Fortschritt machen an dieser Stelle. Deshalb möchte ich den Diskurs, den Rolf Schmachtenberg gerade mit der Dame da hinten, ich weiß den Namen leider nicht, geführt hat, klar, klar aufnehmen. Wir wollen und wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit einen Unterschied macht. Weil Arbeit mehr ist als Broterwerb. Weil Arbeit etwas ist, was unser Land voranbringt. Weil Arbeit Respekt verdient. Aber wir dürfen nicht diejenigen, die arbeiten, gegen die ausspielen, die nicht arbeiten können. Und wir müssen auch wissen, dass bei der Bürgergeld übrigens ein Fünftel, 25 Prozent, die Bürgergeldbeziehende sind. Menschen sind, die arbeiten und die trotzdem ergänzendes Bürgergeld brauchen, um über die Runden zu kommen. Das ist eine Frage unserer Verfassung, dass wir ein Existenzminimum garantieren, für alle. Und wer deshalb will, dass Arbeit einen Unterschied macht, der darf nicht willkürlich darüber schwadronieren, diesen Menschen das Existenzminimum zu bestreiten, sondern der muss dafür sorgen, dass Arbeit sich mehr lohnt, durch anständigere und bessere Löhne. Übrigens nicht nur in den Werkstätten, auch darüber hinaus. Und ich will das allen hier sagen, es ist so einfach, Reden zu halten, die die Gesellschaft auseinanderbringt. Das ist das, was Politiker am einfachsten machen können. Das ist der bequemste Weg, in der Zeit Sündenböcke zu suchen, die Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Und möglichst noch gegenüber Leuten zu treten, bei denen man das Gefühl hat, die stehen unter einem. Das ist das, was gerade passiert. Und da muss es Leute geben, die sich vernünftig dagegen vorgehen. Es ist schwieriger, an Lösungen zu arbeiten, als eine Gesellschaft durch Reden auseinanderzutreiben. Aber es ist der bessere Weg für unsere Gesellschaft. Es ist der vernünftigere Weg. Und deshalb kann ich sagen, was diese Tagung betrifft, das hier ist eine ganz, ganz wichtige Etappe, zu der viele beigetragen heute. Werkstatträtinnen und Werkstatträti, die Bundesarbeitsgemeinschaft, die Wissenschaftler, die Bundeskolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, der SPD-Bundestagsfraktion, die das organisiert haben, damit wir nicht Rückschritt bekommen, sondern wirklich Fortschritt. Ich sage es noch mal, das hier ist nicht nach dem Motto wichtig, dass wir mal drüber geredet haben. Das hier ist ernst gemeint. Wir wollen den Zugang reformieren, wir wollen den Übergang reformieren, wir wollen die Bezahlung verbessern und wir müssen Teilhabemöglichkeiten schaffen für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, weil sie schwerstbehindert sind und keine andere Möglichkeit haben. Arbeit macht den Unterschied. Und Arbeit, das ist das Motto meiner Partei, ist das, was unsere Gesellschaft nach vorne bringt. Danke für Ihre Arbeit, danke für die Arbeit, alle, die hier heute am Fortschritt arbeiten und damit einen Beitrag zum Zusammenhalt leisten und nicht zur Spaltung der Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Es bleibt somit viel Arbeit im Bundesministerium, aber nicht ohne Beteiligung der betroffenen Menschen, denn das Ministerium hat bereits die ersten Einschätzungen eingeholt. Es wird sicherlich einige Monate dauern, bis erste Entwürfe eines Gesetzes erarbeitet sind. Wir bleiben dran und es bleibt spannend. Zum Schluss noch die Studie, die auf der Werkstattkonferenz vorgestellt wurde. Sie sollten eine Studie erstellen zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen und noch einen zweiten Teil, es geht noch weiter mit dem Titel, und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und Sie haben in den bisherigen Redebeiträgen schon gehört, dass es eigentlich zwei Dinge gibt, die immer im Blick behalten werden sollen, nämlich einmal die Entgeltsituation und zum anderen das System insgesamt der Werkstätten in ihrem Verhältnis zum allgemeinen Arbeitsmarkt und wie hier auch Übergänge funktionieren können. Wenn ich sage, dass wir diesen Auftrag erhalten haben, dann sind das neben meinem Institut, was schon genannt wurde, das ISG, weiterhin das INFAS-Institut aus Bonn, das die Befragung von Werkstattbeschäftigten und weiteren Personengruppen durchgeführt hat, Professor Arnold Pracht aus der Hochschule Esslingen, der die betriebswirtschaftlichen Fragen mitberaten hat, und Herr Professor Welty und Frau von Dregalski, die die rechtswissenschaftlichen Fragen bearbeitet haben. Ich möchte Ihnen zunächst was zur Ausgangslage dieses Auftrags, dieses Forschungsauftrags sagen. Dann die Ergebnisse einer Befragung von Werkstattleitungen berichten. Dann was sagen die Beschäftigten zu diesen Fragestellungen? Wir kommen dann viertens zu Vorschlägen, zu unseren Vorschlägen für ein anderes Entgelt. Und fünftens zu den Empfehlungen, die wir auch darüber hinaus noch formuliert haben. Zunächst, was die Ausgangslage betrifft. Eine Werkstatt hat vielfältige Aufgaben. Die Rehabilitation, das heißt die Teilhabe am Arbeitsleben, in vielen Bereichen ermöglichen, mit Anleitung und Begleitung. Die soziale Einbindung, Werkstätten sind Arbeitsstätten, wo man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, wo man eine sinnvolle Arbeit leisten möchte. Ein weiteres Ziel der Werkstätten oder eine weitere Aufgabe ist die Wirtschaftlichkeit. Das muss sie auch zugleich noch leisten. Die Werkstatt muss Erlöse erwirtschaften. Und schließlich hat sie noch als Aufgabe, die Inklusion zu befördern. Der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt soll verbessert werden. Das ist eine auch sehr vielfältige Aufgabenstellung. Und viele sagen, dass es für die Werkstätten nicht immer leicht ist, allen diesen Aufgaben auch gleichmäßig gerecht zu werden. Und manchmal gelingt das eine besser und das andere dann weniger gut. Es gibt, was das gehört auch zur Ausgangslage, eine Reihe von Kritikpunkten am Entgeltsystem. Das Entgelt ist zu niedrig. Gut, das wurde schon mehrfach gesagt. Warum wird kein Mindestlohn gezahlt, ist eine Frage, die immer wieder auftauchte. Es ist auch unklar und schwer verständlich, was zum Entgelt gehört. Es gibt einen Grundbetrag, einen Steigerungsbetrag und das Arbeitsförderungsgeld. Wie wird das alles bemessen? Das ist nicht immer so ganz klar und eindeutig. Viele müssen außerdem Geld von der Grundsicherung beantragen. Und das ist ein ganz starker Kritikpunkt, dass man gesagt hat, die Entgelte, die man zurzeit erwerben kann, sind nicht existenzsichernd. Man kann nicht davon leben. Bei der Grundsicherung muss man auch Sonderzahlungen angeben. Die werden dann zum Teil abgezogen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, über die ja auch schon mehrfach die Rede war, fordert einen guten Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Und deshalb deswegen, und das gehört dann eben auch zu unserer Studie dazu, der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt muss besser unterstützt werden. Das waren die Kritikpunkte, die uns zu Beginn unserer Studie begegnet sind. Und daraus ergeben sich zwei Hauptziele des Forschungsprojekts. Erstens, das Entgelt in Werkstätten verbessern und klarer machen. Und zweitens, bessere Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Jetzt komme ich zu den Ergebnissen und werfe zunächst mal einen Blick auf das aktuelle Entgeltsystem. Das durchschnittliche Werkstatteinkommen, hier einmal gegenübergestellt 2019, darauf haben sich unsere Untersuchungen immer bezogen, und 2021, da hat sich schon dann einiges geändert. Wie setzt sich das zusammen? Es gibt einen Grundbetrag, der lag 2019 noch bei 80 Euro und wurde bis 2021 auf 99 Euro erhöht. Eine Verbesserung des Grundbetrags. Der Steigerungsbetrag, den die Werkstätten ebenfalls zahlen, betrug 2019 97 Euro und im Jahr 2021 79 Euro. Und dann kommt das Arbeitsförderungsgeld dazu bis zu 52 Euro, wenn man das so im Mittelwert berechnet, sind das so um die 48 Euro. Und dann haben wir eine Summe von Monatsentgelt, die im Jahr 2019 bei 225 Euro lag und im Jahr 2021 bei 226 Euro, ein Euro mehr. Das heißt, der gute Wille, der dahinter stand, den Grundbetrag zu erhöhen, hat nicht dazu geführt, dass die Beschäftigten selber mehr Geld erhalten, sondern der Steigerungsbetrag ist entsprechend niedriger geworden. Es war dann auch eine schwierige Zeit, 2020, 2021, Sie erinnern sich, dass es mal so etwas gab, wie eine Corona-Krise, die die Werkstätten auch sehr hart zum Teil erwischt hat. Es gibt viele Gründe, die man in Betracht ziehen kann, aber das Ergebnis, wenn wir uns das anschauen, heißt, dass das Werkstättenentgelt, das Werkstätteinkommen durch die Erhöhung des Grundbetrages sich nicht erhöht hat, jedenfalls nicht merklich, nur um einen Euro. Wenn wir uns jetzt noch mal anschauen, welches weitere Einkommen dazukommt, damit die Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, ihr Monatsentgelt aufstocken, um davon leben zu können, dann haben wir ja eigentlich so eine Zweiteilung zwischen den jüngeren Arbeitnehmern zwischen den jüngeren Beschäftigten unter 40 Jahren und den älteren Beschäftigten ab 40 Jahren. Ab 40 Jahren bekommen die meisten eine Erwerbsminderungsrente. Vorher, wenn diese Erwerbsminderungsrente noch nicht da ist und das Entgelt noch nicht aufstocken kann, ist man auf die Grundsicherung angewiesen. Und wir haben das für das Jahr 2019 mal mit Durchschnittswerten berechnet. Zum Monatsentgelt von 225 Euro, das war damals der Bundesdurchschnitt, kommen im Durchschnitt 750 Euro Grundsicherung dazu, sodass man 975 Euro zur Verfügung hat, wenn man ergänzend Grundsicherung bezieht. Wer ergänzend Erwerbsminderungsrente bezieht, die lag im Durchschnitt damals bei 826 Euro, der kommt etwas höher auf 1051 Euro. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten bekommen diese Erwerbsminderungsrente zusätzlich, die andere Hälfte Grundsicherung. Wir haben das mal hier so versucht, auch grafisch darzustellen. Also nur Grundsicherung 35% ergänzend zum Werkstattentgelt, 43% eine Erwerbsminderungsrente und ein Überschneidungsteil von 7%, die beides erhalten, die also eine eher kleinere Erwerbsminderungsrente erhalten, sodass das zusammen mit dem Werkstattentgelt noch nicht ausreicht, um davon leben zu können. Die brauchen dann zusätzlich Grundsicherung. Wir haben 15%, die kein weiteres Einkommen haben. Jetzt könnte man sagen, vielleicht sind das alles steinreiche Leute, die Millionäre, wo man sagt, die brauchen kein weiteres Geld, aber so viele Millionäre gibt es nicht und schon gar nicht unter Werkstattbeschäftigten. Wir vermuten, das sind eher diejenigen, wo die Eltern sagen, wir hätten zwar Anspruch auf Grundsicherung, aber wir möchten das nicht, wir möchten das lieber aus eigenem Geld bezahlen. Das weiß man aber nicht so genau. Das ist mit diesen 15% noch etwas unklar. Es gibt große Unterschiede zwischen den Regionen in Deutschland, zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland und auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Wenn wir uns das mal anschauen, hier das Werkstattentgelt mit den Komponenten Grundbetrag, Steigerungsbetrag und AFIG im Jahr 2019. In der Mitte der Durchschnitt für Deutschland, diese 225 Euro, von denen ich gesprochen habe. Und es gibt Länder, in denen das durchschnittliche Werkstattentgelt deutlich höher liegt. In Bayern mit 269 Euro, Bremen 260 Euro und Rheinland-Pfalz 257 Euro. Und es gibt Länder, in denen das durchschnittliche Entgelt deutlich darunter liegt. Sachsen mit 170 Euro, Brandenburg 174 Euro, Sachsen-Anhalt 188 Euro. Daran zeigt sich ein Faktor schon mal, dass es auch mit der Region zusammenhängt. Und auch, das steht ja dahinter, auch mit der wirtschaftlichen Stärke einer Region, inwieweit Werkstätten Erlöse erwirtschaften können und dann auch entsprechend gute Entgelte zahlen können. Das haben wir aber noch mal genauer untersucht. Dazu kommen dann gleich noch weitere Ergebnisse. Der Übergang auf den Arbeitsmarkt. Danach haben wir natürlich auch gefragt und wir haben die Werkstattleitungen befragt, wie war der Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die großen Balken im Jahr 2015 waren es 294, die gewechselt sind aus dem Arbeitsbereich. Und darüber sind es einen kleinen Balken, 45, die aus dem Eingangsverfahren Berufsbildungsbereich gewechselt sind auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das war 2015. Das ist mehr geworden bis 2019. In 2019 waren es 447, die gewechselt sind aus dem Arbeitsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und 57, die aus dem Berufsbildungsbereich gewechselt sind. Also eine Zunahme. Wir haben das auch noch mal prozentual ausgewiesen. Die Übergänge aus dem Arbeitsbereich sind von 0,26 Prozent aller Beschäftigten im Jahr 2015 auf 0,35 Prozent im Jahr 2019 gestiegen. Dieser Satz hat zwei Botschaften. Die gute Botschaft ist, es hat sich verbessert, vielleicht auch durch das Budget für Arbeit, was 2019 schon gegriffen hat. Die schlechte Nachricht, das ist natürlich ein sehr kleiner Anteil. Also wenn man es auf alle Beschäftigten bezieht, weniger als ein Prozent. Was aber auch wichtig ist, man sagt ja manchmal, wer weiß, ob das funktioniert mit diesem Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer weiß, ob man sich da halten kann oder ob man dann doch wieder zurückkehren muss. Deswegen haben wir auch gefragt, wer ist 2019 wieder zurückgekommen von einem Wechsel. Und das waren nur 63 Personen in den Werkstätten, die wir befragt haben. Also nur ein sehr kleiner Teil von denen, die den Wechsel vorgenommen haben. Der weitaus größte Teil ist bei seiner Stelle geblieben, konnte sich da etablieren und konnte hier auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seine Berufskarriere fortsetzen. Wichtig dabei ist noch, dass die ausgelagerten Arbeitsplätze als Sprungbrett dienen können, dass sie nicht dienen müssen, das ist kein Automatismus, aber es kann sein, dass sie als Sprungbrett dienen und deswegen hat uns auch das interessiert. Es sind durchschnittlich 9 Prozent aller Werkstattplätze, die ausgelagert in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes sind. Und diese 9 Prozent, das entspricht, wenn man das auf 300.000 Beschäftigte, insgesamt bezieht etwa 27.000 ausgelagerten Arbeitsplätzen. Diejenigen, die gewechselt sind auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu welchen Anteilen, mit welcher Unterstützung, Budget für Arbeit ohne Inklusionsbetrieb, 30 Prozent der Wechsler, Budget für Arbeit mit Inklusionsbetrieb zusammen, 4 Prozent der Wechsler, ein Inklusionsbetrieb ohne Budget für Arbeit zu nutzen, 2 Prozent der Wechsler und 45 Prozent mit sonstiger Beschäftigungsform. Also hier Inklusionsbetriebe zusammengenommen, etwa 6 Prozent der Wechsler, bis auch noch ein kleiner Anteil. Hier könnte man auch überlegen, ob man Inklusionsbetriebe vielleicht noch mal etwas weiter ausbauen könnte. Was sagen die Beschäftigten? Wer wurde von Infas befragt? Ich hatte eingangs gesagt, dass Infas Werkstattbeschäftigte befragt hat, 4.246 Werkstattbeschäftigte, 160 ehemalige Werkstattbeschäftigte, 405 Werkstatträte und 341 Frauenbeauftragte. Und nun einige Antworten. Zunächst mal Änderungsvorschläge zum Entgelt. Was soll geändert werden? Drei Viertel der Befragten finden, dass Entgelt solle mehr nach Leistungsstärke des Einzelnen unterschieden werden. Drei Viertel der Befragten ebenfalls finden, dass Werkstattbeschäftigte nach einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in jedem Fall mehr verdienen sollten als zuvor. Zwei Drittel der Befragten finden, auch auf einem Außenarbeitsplatz der Werkstatt sollte man mehr Geld bekommen als in der Werkstatt selbst. Und viele Befragte finden, in der Werkstatt sollen alle das gleiche Entgelt erhalten. Weitere Vorschläge. Es soll ein Basisgeld gezahlt werden. Das kommt Ihnen bekannt vor, denke ich mal. Das ist ja der Vorschlag der Werkstatträte Deutschland. Der Lohn soll so hoch sein wie der Mindestlohn. Wer mehr leistet, soll mehr Geld bekommen. Man muss von seinem Lohn leben können. Keiner soll zusätzlich Grundsicherung brauchen, also existenzsichernd. Der Nachteilsausgleich bei den Rentenzahlungen soll bestehen bleiben, damit es keine Armut im Alter gibt. Und Reha-Maßnahmen, also Anleitungen und Begleitungen, arbeitsbegleitende Maßnahmen, längere Pausenzeiten und Schutzrechte sollen bestehen bleiben. Und schließlich, wer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln will, braucht Unterstützung. Das gilt nach wie vor und wird auch von den Beschäftigten so gesehen. Nun komme ich zu den Vorschlägen für ein anderes Entgelt. Jetzt kommen ein paar Zahlen ins Spiel. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben verschiedene Vorschläge ausgewertet und auch mal durchgerechnet, was für den Beschäftigten dabei herumkommt. Wir haben das Ganze auch das Jahr 2023 hochgerechnet, weil der Mindestlohn und das Bürgergeld ja in 2023 anders aussehen als im Jahr 2019. Hier haben wir versucht, möglichst aktuell zu sein. Wenn man die Steigerung des Werkstattentgeltes so fortschreibt, kommt man auf etwa 229 Euro Werkstattentgelt und mit Grundsicherung zusammen läge man bei 1.106 Euro im Monat und mit Erwerbsminderungsrente bei 1.129 Euro im Monat. Es gibt einen Vorschlag, das AFÜG zu erhöhen. Ein Vorschlag, der von der CDU-Fraktion ausgearbeitet wurde. Und das würde je nachdem, also auf jeden Fall braucht man dann auch Grundsicherung. Dann würde man mit Grundsicherung 1.156 Euro verdienen. Das wäre 50 Euro mehr als bei dem derzeitigen System. Und bei Erwerbsminderungsrente, wenn die dazu käme, wären es 1.179 Euro, ebenfalls 50 Euro mehr als derzeit. Dann das Basisgeld, was die Werkstatträte Deutschland vorgeschlagen haben. Wenn man das für das Jahr 2023 fortschreibt, kommt man auf ein Entgelt mit Werkstattentgelt zusammen von 1.840 Euro pro Monat. Das sind 734 Euro mehr, als wenn man jetzt nach jetzigem System Grundsicherung bezieht und 711 Euro mehr, als wenn man das Werkstattentgelt mit der Erwerbsminderungsrente bezieht. Und dann kommen drei Vorschläge, die sich am Mindestlohn orientieren. Zum ersten, Vollzeit steht vorne und dann 37,2 Stunden pro Woche. Das ist eines der Ergebnisse, die wir aus der Befragung der Werkstattleitungen entnommen haben. Wir haben gefragt, man kann ja Vollzeitverträge so unterschiedlich zwischen 35 und 40 Stunden nach Gesetz vereinbaren. Im Durchschnitt sind es 37,2 Stunden pro Woche. Wenn man das mit dem Mindestlohn des Jahres 2023 vergüten würde, wäre das Ergebnis 1.579 Euro. 473 Euro mehr als derzeit mit Grundsicherung und 450 Euro mehr als mit Erwerbsminderungsrente. Jetzt ist aber bei den 37 Stunden auch die Pausenzeit und die Zeiten für Reha-Zeiten mit enthalten. Und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden ja Pausenzeiten nicht vergütet. Also haben wir mal gesagt, wie ist denn die Netto-Arbeitszeit, wenn man die verlängerten Pausenzeiten und die Zeiten für Rehabilitation abzieht. Dann käme man unserer Befragung zufolge auf 29,2 Wochenstunden. Wenn man die mit dem Mindestlohn vergütet, sind das 1.322 Euro, 217 Euro mehr als man derzeit mit Grundsicherung verdient und 193 Euro mehr als man derzeit mit Erwerbsminderungsrente verdient. Schließlich gab es noch den Vorschlag, man könnte sich ja orientieren an diesem gesetzlichen Kriterium, wer weniger als drei Stunden am Tag auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten könnte. Das entspricht 15 Stunden pro Woche. Man könne ja das mit Mindestlohn vergüten. Dann wären das 1.169 Euro und nur 63 beziehungsweise 40 Euro mehr, als man derzeit hat. Das sind verschiedene Vorschläge, die wir in unserem Bericht ausführlich diskutiert haben, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich vor allen Dingen zwei hervorstechen, nämlich der zweite Vorschlag, das Basisgeld und der vorletzte Vorschlag, 3.2, die Netto-Arbeitszeit nach dem Mindestlohn vergütet. Warum stechen die hervor? Das Basisgeld ist ein wichtiger Vorschlag, der auch zu der besten Einkommensverbesserung führt, entgeltmäßig, der aber den Nachteil hat, dass es sich weiterhin um ein Sondersystem handelt, um ein Sondersystem, was die Bezieher dieses Basisgeldes anders stellt, anders einstuft, als die Beschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und das ist das Argument, was unserer Einschätzung nach für eine Orientierung am Mindestlohn spricht, dass man hier sagen kann, man hat einen Lohn, wie andere Arbeitnehmer auch, dazu kommt natürlich Rehabedarf, das ist klar, die Behinderung verschwindet ja nicht dadurch, aber die Orientierung am Mindestlohn führt dazu, dass man sich eher auch zugehörig fühlt, den anderen Beschäftigten und wenn im Fernsehen dann berichtet wird über eine Erhöhung des Mindestlohns, dann weiß man, das betrifft auch mich. Ich komme zum Schluss zu unseren Empfehlungen. Wir haben in fünf Bereichen Empfehlungen formuliert. Der erste Punkt, berufliche Bildung umgestalten. Dazu gehört, dass der Zugang zum allgemeinen Ausbildungssystem erleichtert werden soll, zum Beispiel durch Praktika, was ja zurzeit auch schon getan wird, weit verbreitet. Die Ausbildung soll aber auch durch einzelne Module, durch Teilausbildungsziele flexibler gestaltet werden, durch einzelne Ausbildungsmodule, die dann auch anerkannt zertifiziert werden, die man auch vorweisen kann. Der Berufsbildungsbereich oder die berufliche Bildung sollte aus der Werkstatt ausgegliedert werden, damit hier kein Automatismus stattfindet. Wer einmal in der Berufsbildung drin ist, in der Werkstatt, der bleibt auch in der Werkstatt. Unser zweiter Block, zu dem wir Empfehlungen formuliert haben, die Leistungsfähigkeit der Werkstatt soll gesichert werden. Erzeugnisse, man soll nicht immer den Anspruch haben, ganz viel anbieten zu können, sondern eher die eine Tiefe der Produktpalette anstreben, als eine Breite der Produktpalette. Das war so ein Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Analyse. Wir haben dann gesehen, Werkstätten sind erfolgreich, wenn sie partizipativ und dezentral gestaltet sind, also man könnte auch sagen, wenn sie eine moderne Führungskultur etabliert haben und wenn sie ein gut entwickeltes Rechnungswesen, Controlling und Marketing haben. Der dritte Bereich, zu dem wir Empfehlungen formuliert haben, den Übergang auf den Arbeitsmarkt fördern. Bei Unternehmen muss für den Übergang geworben werden, aber gleichzeitig auch bei den Werkstätten. Beide Seiten müssen in ihrer Bereitschaft, den Übergang zu fördern, noch weiter unterstützt werden. Vielleicht kann man Werkstätten auch Prämien zahlen für gelungene Übergänge. Man muss die Sorgen der Beschäftigten ernst nehmen und sie gut beraten. Denn viele Sorgen führen dazu, dass doch ein Großteil der Beschäftigten sich das nicht zutraut. Das muss gut beraten werden. Und beim Übergang müssen sie begleitet werden, solange wie das nötig ist. Es sollten auch ausgelagerte Arbeitsplätze weiter ausgebaut werden, weil das eben ein Sprungbrett zwar nicht sein muss, aber sein kann, wo sich Unternehmen und Beschäftigte besser kennenlernen können. Dann ist unsere große Forderung, ein existenzsicherndes Entgelt zu zahlen. Das Entgelt soll ausreichend sein zum Leben, sodass man keine ergänzende Grundsicherung oder Erwerbsminderungsrente mehr nötig hat, sondern von seinem Entgelt leben kann. Das Entgelt soll klar verständlich sein, nicht schwanken je nach Arbeitsleistung und es soll von der Werkstatt aus einer Hand gezahlt werden. Der Mindestlohn als Regelfall, und hier hatte ich schon gesagt, dass wir das für die Nettoarbeitszeit von 29 Stunden für passend halten, aber nicht für Pausen und Reha-Angebote. Wer mehr leistet als andere, soll auch mehr Geld bekommen. Das heißt, hier müssen auch weitere Leistungen aus den Mitteln der Werkstatt noch hinzukommen können. Und wer in Teilzeit arbeitet, hat nach wie vor Recht auf ergänzende Grundsicherung. Das würde der Logik dieses Vorschlags entsprechen, dass man sagt, auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, im Niedriglohnsektor ist es so, dass diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, nicht unbedingt davon leben können, sondern durchaus auch ergänzende Grundsicherung brauchen können. Und zum Schluss, Inklusion und Teilhabe stärken. Werkstattbeschäftigte sind Arbeitnehmer mit voller Sozialversicherung, wäre das Ziel. Werkstätten sind wie Unternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, aber mit besonderem Reha-Auftrag, der auch entsprechend vergütet werden muss. Und langfristig, das wäre so eine Vision, langfristig sollte dann der Unterschied zwischen allgemeinem und zweitem Arbeitsmarkt dadurch aufgehoben werden, weil dann auch die Beschäftigten selber sich als Beschäftigte wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fühlen. Das sind unsere Empfehlungen in Kurzfassung. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich den Bericht anschauen und hier nochmal zum Schluss alle, die daran mitgearbeitet haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.